Musik Na, kennst du das Mädchen mit dem hübschen roten Käppchen? Und weißt du, wer da so laut schnarcht? Nein? Na dann schau genau zu. Es war einmal ein kleines Mädchen, das jeder lieb hatte. Am liebsten aber hatte es ihre Großmutter. Einmal schenkte die Großmutter dem Mädchen ein Käppchen aus rotem Samt. Und weil es ihm so gut stand und es das Käppchen ihm ertragen wollte, wurde das Mädchen Rotkäppchen genannt. Eines Tages war die Großmutter krank. Da sagte die Mutter zu Rotkäppchen, bring der Großmutter Kuchen und Wein, dann wird sie sicher schnell wieder gesund. Aber bleib auf dem Weg und verlaufe dich nicht im Wald. Da nahm Rotkäppchen den Korb und ging los. Unterwegs traf es den Wolf. Der Wolf sagte, guten Tag Rotkäppchen, wohin gehst du? Und Rotkäppchen antwortete, zu meiner kranken Großmutter, die bei den drei großen Eichen wohnt. Ich bringe ihr Kuchen und Wein. Der Wolf war böse und dachte sich, das Mädchen wäre ein leckerer Bissen. Aber wenn ich es klug anstelle, kann ich das Mädchen und die Großmutter schnappen. Er sagte, sieh doch mal die schönen Blumen um dich herum. Warum bringst du der Großmutter nicht ein paar mit? Rotkäppchen dachte, dass dies eine gute Idee sei und ging vom Weg ab, um Blumen zu pflücken. Dabei geriet es immer tiefer in den Wald. Der Wolf aber lief zum Haus der Großmutter und trat hinein. Er ging direkt zum Bett, in dem die kranke Großmutter lag und verschlang sie. Dann zog er ihre Kleider und ihre Haube an, schloss die Vorhänge und legte sich in ihr Bett. Nach einiger Zeit kam Rotkäppchen mit dem Korb und einem großen Blumenstrauß zum Haus der Großmutter. Weil die Tür offen stand, ging es hinein und grüßte. Da aber niemand antwortete, zog sie die Vorhänge auf. Da sah es die Großmutter, die ihre Haube tief ins Gesicht gezogen hatte und ganz merkwürdig aussah. Rotkäppchen fragte, Großmutter, was hast du für große Ohren? Damit ich dich besser hören kann. Großmutter, was hast du für große Augen? Damit ich dich besser sehen kann. Großmutter, was hast du für große Hände? Damit ich dich besser packen kann. Aber Großmutter, was hast du denn für ein entsetzlich großes Maul? Damit ich dich besser fressen kann. Da sprang der Wolf aus dem Bett und verschlang das arme Rotkäppchen. Und als der Wolf die Großmutter und das Rotkäppchen gefressen hatte, war er so satt und müde, dass er sich ins Bett legte, einschlief und laut schnarchte. In dem Moment kam der Jäger am Haus vorbei. Er wunderte sich über das laute Schnarchen der alten Frau und ging hinein, um nachzusehen, ob es hier gut gehe. Sofort erkannte der Jäger den bösen Wolf im Bett. Er wollte schon mit dem Gewehr auf den Wolf schießen. Da sah er dessen dicken Bauch. Da fiel ihm ein, dass der Wolf die Großmutter gefressen haben könnte und sie vielleicht noch zu retten wäre. Der Jäger schoss nicht, sondern nahm eine Schere und schnitt dem schlafenden Wolf den Bauch auf. Da sprang Rotkäppchen heraus und nach ein paar weiteren Schnitten kam auch die Großmutter aus dem Bauch des Wolfs. Beiden ging es gut. Rotkäppchen holte schnell ein paar große Steine, mit denen sie den Bauch des Wolfs füllten und ihn zunähten. Und als der Wolf aufwachte und schnell weglaufen wollte, waren die Steine so schwer, dass er tot umfiel. Der Jäger, die Großmutter und Rotkäppchen freuten sich. Die Großmutter aß den Kuchen und trank den Wein, den Rotkäppchen mitgebracht hatte und erholte sich wieder. Aber Rotkäppchen sagte sich, ich will nie wieder allein vom Weg abgehen und in den Wald laufen, wenn es die Mutter verboten hat. Nun kennst du das Märchen von Rotkäppchen. Aber hast du auch unseren kleinen Wichtel entdeckt? Hallo! Hat dir unser Märchen gefallen? Dann abonniere hier unseren Kanal, um die neuesten Märchen zu sehen. Hier bin ich! Du möchtest direkt weitere Märchen sehen? Dann klick hier!